Zum allerersten Mal startete der VR Cup am Samstagmorgen in Lübsdorf. Als Gastgeber hatte der Neumühler SV sechs Mannschaften zum Spannenden, jeder gegen jeden Turnier eingeladen. Die Fußball-E-Jugend hat somit nicht nur die Möglichkeit, miteinander Kräfte zu messen, auch tolle Preise sind im Spiel. Denn dank der Unterstützung der VR-Bank bekommt jede teilnehmende Mannschaft einen Pokal. Die besten drei werden außerdem mit Medaillen geführt. Eine besondere Auszeichnung nimmt von nun an auch der beste Spieler mit nach Hause. Das Turnier ist ein regelmäßiges Turnier, was der Neumühler Sportverein mit seinen Jugendmannschaften jedes Jahr einmal austrägt. Dieses Jahr ist das das erste Mal für die E-Jugend gesponsert von der VR-Bank. Da kam die Frage, ob die VR-Bank sich bereit erklären würde, uns als Neumühler Sportverein, schräg schräg die E-Jugend, die wir jetzt haben, zu sponsoren oder einmalig sponsoren oder regelmäßig. Und sie hat sich jetzt für dieses Jahr bereit erklärt, ein Turnier auszurichten, das wir heute hier veranstalten. Die VR-Cups haben in der Region eine lange Tradition und werden in verschiedenen Sportarten veranstaltet. Das Ziel ist es, Breitensport zu unterstützen und den lokalen Vereinen den Rücken zu stärken.